Die Unermesslichkeit des Weltraumes fasziniert und ängstigt uns. Anscheinend unbezwinglich und unendlich drängt uns das Universum dazu, es zu erkunden. Während die meisten nach Sicherheit suchen, bezwingen ein paar Außergewöhnliche ihre Furcht und nehmen die Herausforderung an. Sie wagen sich in das Dunkel, angetrieben durch ein Verlangen nach Wissen, Reichtum und Macht. Denn im Gegensatz zu anderen wagen sie es, die unbekannten Gefahren auf sich zu nehmen. Sie wissen, dass großes Risiko mit großem Gewinn einhergeht. Lasst uns die Furcht vor dem Dunkel ablehnen. Das ist das Zeitalter der Entdeckung. Das ist unsere Odyssee. Kostenloses Probekonto auf trial.eveonline.com